Anwohner hatten in den letzten Wochen festgestellt, dass sich abends offenbar junge Männer zum Rasen trafen. Die Polizisten erwischten die Fahrer und legten ein Fahrzeug sofort still, da die gesamte Abgabsanlage massen verändert worden war. Der TÜV stellte außerdem 34 weitere Mängel fest. Beide Fahrer behielten eine umfangreiche Anzeige. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020